Kripto TV und FS1 präsentieren Ein Bonusinterview mit Krista Jasinski 2016 vom Golden Earth Vision Kongress in Hof bei Salzburg. Krista berichtet über Kontakte von Wesenheiten und außerirdischen Zivilisationen, die im Inneren unserer Erde leben. Ihr Mann Alf Jasinski, ein Mitglied des damals geheimen Mola-Ordens, schrieb dies zu Lebzeiten in seinen Tagebüchern nieder und hinterließ uns dadurch ein großes Vermächtnis. Denn bis jetzt entstanden daraus drei Bücher, wo dieses Leben gegenüber uns höher entwickelten Wesensarten beschrieben wird und auch noch zusätzlich das Handeln und Wirken der hohen Mitglieder des Mola-Ordens offenbart werden. Fragen über dieses spannende Thema darf ich nun an Frau Jasinski stellen. Und jeder, der will, darf uns jetzt nach weit unten ins Innere unserer Erde begleiten. Hallo, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei Kripto TV. Wir hatten jetzt ein sehr, sehr spannendes Wochenende bei Golden Earth Vision. Einen wunderbaren Kongress mit sehr interessanten Sprechern. Und heute habe ich die Frau Krista Jasinski zu Gast. Ich bin ja schon vor einem Jahr auf dein Buch gekommen, auf den Band 1. Da geht es ja, um das mal zu erwähnen, um die Grenzwissenschaften. In speziell um die innere Erde, wo auch die hohe Erde oft genannt. Es gibt eigentlich beides, innere Erde in der Krust und die hohe Erde weiter unten. Ja. Und da leben unsere kosmischen und irdischen Geschwister, die was die meisten Menschen gar nicht kennen. Das stimmt, ja. Vor einem Jahr, da habe ich mir eben das Buch von dir gekauft. Die Offenbarung, der erste Teil. Und ich bin ja zu den Kongress auch wegen dir gekommen. Oh, danke. Weil das ist mein Hauptsteckentherr. Unsere kosmischen Geschwister und auch die innerirdischen. Ja, ich habe ja selbst vier Erlebnisse schon gehabt. Und da habe ich dein Buch verschlungen. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass du schon Band 2 und Band 3 herausnachst. Das Portal mit Band 2 und das dritte Buch, Kreuzfeldplanet. Das ist richtig geschwind geworden. Ja. Ich glaube, du hast jetzt das zweite Buch heraus und dann heute, dieses Wochenende, bin ich überrascht worden mit den dritten. Ich bin richtig gefreut. Ja. Vielleicht, wenn wir uns kurz halten, weil wir haben ja eh, der Joe Conrad hat ja dieses Wochenende auch interviewt und hat ein tolles Seminar bei diesem Kongress von Google Earth Vision gegeben. Das können Sie die Zuschauer dann eh ansehen, obwohl noch besser, dann deine Bücher zu lesen. Und vielleicht willst du mal ganz kurz erklären, was genau in deinen Büchern es hier geben, denn es sind drei Bänden hier. Ja, mein gestorbener Mann bekam die Einladung, nach Innerer zu gehen. Und Alf war ein Tagebuchschreiber seit seiner Jugend, der hat alles mitgeschrieben. Und ich habe nun nach seinem Tod seine ganzen Tagebücher dort liegen und da ist so viel enormes Wissen drin, dass es einfach zu schade wäre, wenn das auf dem Dachboden versaut wird. Ja, das wäre wirklich schade. Ja, und deswegen habe ich mich entschlossen, ja, nachdem das erste Buch vergriffen war, habe ich dann erst mal gedacht, na, ich lege das eine Buch mal wieder auf. Ich habe dann mein Geld zusammengeplatzt und 100 Exemplare mal drucken lassen. Und dann habe ich festgestellt, die waren ziemlich schnell weg, die 100 Exemplare. Und ich bekam ganz viel Rückmeldung, dass die den Menschen diese Bücher viel gebracht haben. Und daraufhin habe ich dann angefangen, Buch 2 und danach auch Buch 3 relativ schnell abzutippen. Dankeschön. Und seine Tagebücher abzutippen und die herauszubringen. Das konnte ich aber nur deshalb, weil ich auch sehr, sehr viel Unterstützung von meinem neuen Mann Gerhard habe, der das Layout dafür gemacht hat, der ganz viel Liebe auch in die Bücher bringt. Und ich denke, das ist eine gute Zusammenarbeit. Ja, und ich arbeite weiter. Ich habe mit Buch 4 schon wieder angefangen. Sehr schön. Diese Bücher helfen wirklich sehr vielen Menschen weiter. Wie gerade bei mir, insbesondere bei mir mit meinen Erlebnissen, als ich das Kind gehabt hatte, da fragt man sich schon oft. Ja, die Eltern sagen, das hast du geträumt oder sonst irgendwo, du bist ein kleiner Spinner und so. Und viele Sachen, was ich da rausgelesen habe, ja, mit meinen Begegnungen, haben sich wirklich gedeckt. Das war oft 1 zu 1, was auch ich erlebt habe. Wow, spannend. Und das hat mich richtig beruhigt, weil ich gewusst habe, es ist was dran. Und ich bin jetzt einfach nur, wie die meisten Menschen dann denken, irgendwie ab der Norm oder so. Ja. Und dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken, dass Sie das Werk weitergeführt haben von ALF. Ja, mache ich gerne. Und ich gebe auch gerne Vorträge, halte gerne Vorträge dazu, wo ich Fragen von den Zuhörern ganz, ganz viel Raum lasse, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben enorm viele Fragen dazu sind. Und für mich ist das, also ich mache es gern, einfach so Fragen und Antworten. Wir haben es gesehen bei dem Seminar hier, die Menschen, die haben dich ja richtig rund gefragt. Und du hast ja kaum den Vortrag begonnen, haben wir schon fast mit der Fragerunde angefangen. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Also wirklich, schaut euch die Seminare an, was wir jetzt auch aufgenommen haben. Und es gibt ja auch sehr viel im Internet, schon von dir, der Joe bei BewustTV hat dich schon eingeladen und viele andere haben dich schon eingeladen im Interview zu diesem Thema. Ja. Also für alle, die, was sich wirklich für unsere Geschwister in anderer Art präsentieren, die, was sich in anderer Art präsentieren, ja. Es gibt Außerirdische, es gibt auch Menschen, die was unterirdisch leben. Ja, und so eigentlich den gleichen Ursprung haben sie wie wir. Weil es sind keine Menschen in dem Sinn. Es gibt Reptoloiden, hat man gehört, gell? Ja, es gibt zwei Spezessen in der Erde. Einmal eine, einmal Homo sapiens wie wir und eine Repto-Spezies, ja. Und die sind halt wirklich darauf auch erbicht, dass wir wieder zusammenfinden, unsere Kultur. Das ist eigentlich auch der Auftrag der Bücher, oder? Dass wir uns wieder zusammenfinden. Ja, also sie würden sich sicherlich sehr freuen, aber sie sind halt auch sehr skeptisch noch. Ja, ja. Wegen unserer Reaktion, vor allen Dingen, weil bei uns ja auch dieses Denken herrscht, dass Repto grundsätzlich schlecht ist und dadurch haben die arge Bedenken. Ja, von David Eich hat man schon viel gehört. Ja. Es ist aber mehr die Außerirdische Rasse, die nicht in der Erde ist, sondern auch außerhalb der Erde existiert. Ja, David Eich spricht von denen, die mit unseren Regierungen zusammenarbeiten. Und da hat er sicherlich recht. Aber man kann nicht grundsätzlich eine Spezies verteufeln. Es gibt von jeder Spezies solche und solche. Wie bei Menschen auch. Ja, ganz genau. Das ist wirklich empfehlenswert. Also, vielleicht eines möchte ich noch erwähnen. Ich habe mal geschaut im Internet, weil ich würde mal schauen, wie das zweite Buch drin kommt, dass man das bestellen kann. Da sind so horrende Preise drin gewesen. Wie stimmt das so gar nicht? Nein. Wir haben uns entschieden, grundsätzlich nicht über Amazon die Bücher zu verkaufen. Da habe ich reingeschaut und das sind gebrauchte Bücher. Ja, genau. Also, es haben wohl irgendwelche Menschen diese Marktlücke entdeckt, dass dort bei Amazon diese Bücher nicht gelistet sind. Und kaufen die bei uns und vertreiben die dort für 70 oder 80 Euro. Und das ist horrend. Also, beziehen kann man diese Bücher dann über... Einmal über den normalen Buchhandel. Die können wir uns bestellen. Wir haben eine ESPN-Nummer. Und über unsere Seite www.gartenweden-verlag.de Das werden wir noch einblenden da, die Daten, dass die Leute da die Bücher dann verschlingen können, die drei. Ja, vorher sind Sie gesagt. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen auch, dass Sie sich auch unseren Sender so bereitwillig die Erfahrungen von Ihren damaligen Lebensgefährten wiedergeben und Licht in die Welt bringen. Danke. Bitteschön. Und bis bald, wie wir zu sehr. 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 Amen.